Ja, willkommen zurück, ich bin Armin Cech. Heute geht es um das Thema Remote-Desktop-Verbindung oder Remote-Verantwortung von meinen Rechnern. Ich habe dazu eigentlich kein Video gedreht, wurde aber jetzt letztens gefragt, ob ich nicht was dazu machen könnte, weil ein paar Leute das nicht einstellen können. Und das mache ich natürlich gern. Ich habe ja hier auf dem Desktop verschiedene Buttons, wo ich sagen kann, oder Links, wo ich sagen kann, ich kann mich zu meinen Server verbinden, ich kann mich zu meinen Mining-PCs verbinden, wenn die online sind. Wichtig ist an der Stelle die Konfiguration. Ihr solltet die Geräte eine feste IP-Adresse verweisen. Wenn die IP-Adresse jedes Mal wechselt, ist es sehr unangenehm mit der Remote-Desktop-Verbindung. Das heißt, in euren Router solltet ihr eine feste IP-Adresse verweisen. Ich zeige es euch durch mal kurz. Also das ist schon mein Router. Auf jeden Fall gibt es hier, ich habe ja den Speedport Smart 3, unter Netzwerk seht ihr die verschiedenen PCs, da seht ihr auch meine alten, verschiedenen Chias. Ich hatte ja viele Harvester drin, die hatten jeweils eine einzelne IP-Adresse, die kann ich eigentlich raushauen, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Und ich habe halt natürlich den Mining-PC 1 und den Mining-PC 2, das ist M2, eine feste IP zugewiesen. Das heißt, ihr geht dann drauf auf Zeigen und sagt, hier immer dieselbe IP-Adresse zuweisen. Das habe ich an der Stelle anscheinend nicht gemacht, obwohl ich eigentlich den Haken, da bin ich mir recht sicher, mal gesetzt hatte. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf den PC drauf, wo ihr euch verbinden wollt. In meinem Fall gehe ich über die Remote-Desktop-Verbindung drauf. Ihr müsst natürlich wirklich aktiv vom PC stehen, mit Bildschirm eingeschaltet. Und wenn ihr eingeloggt seid, geht ihr einfach hier an der Stelle auf Start und gebt ein Remote-Desktop-Verbindung. Und wenn ihr die Remote-Desktop-Verbindung eingegeben habt, oder ich habe schon bei mir RMO, dann kommt hier auch die Unter-Einstellungen Remote-Desktop-Verbindung zu diesem PC zulassen. Und da gehen wir hin. Und hier, das ist im Bereich Unter-Einstellungen für Entwickler, da könnt ihr auch drüber gehen, also wenn ihr es nicht findet, dann könnt ihr, wenn ihr unter den Einstellungen seid, unter Updates und Sicherheit ist es, für Entwickler, da kommt ihr auch rein. Und hier gibt es diese Einstellungen für Remote-Desktop-Verbindung, da klicken wir drauf und ihr müsst das da aktivieren und übernehmen. Das war es eigentlich schon, mehr ist es nicht. Jetzt ist die Remote-Desktop-Verbindung möglich zu diesem PC. Wichtig, ich habe hier keine gesonderten Sachen, das brauche ich hier nicht. Das brauche ich hier nicht. Und App- und Browser-Steuerung für potenziell gefährliche Dinger, kann man aktivieren, ja. Also so ist meine Dings, ich habe hier nichts, irgendwie eine spezielle Firewall oder ähnliches drauf. Ich habe die Standard-Windows-Firewall, die reicht für die meisten Sachen aus. Ich tue ja mit den PCs keine Software installieren, die Plotter, die kriegen nichts drauf, die gehen auch nicht ins Internet. Die sind eigentlich abgekapselt vom Netz, ja. Die müssen ja nur mit meinem Server kommunizieren und der Server muss Zugriff haben aufs Internet. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, das lassen wir mal hier außen vor. Okay, also ihr seht, jetzt habe ich das eingestellt. Und wie kriege ich diese Buttons hier auf dem Desktop? Das geht ganz einfach. Ihr gebt ein Remote-Desktop-Verbindung und da kommt es auch schon. Und wenn das anklickt, geht dieses Fenster auf. Ihr könnt erweiterte Optionen einblenden lassen. Und jetzt ist es wichtig, natürlich eure IP-Adresse zu wissen, den Benutzernamen, den ihr auf dem PC verwendet. Meine Empfehlung ist, unterschiedliche Benutzernamen und unterschiedliche Passwörter zu benutzen pro PC. Aber das ist jeden sein Ding. Wenn ihr in den Einstellungen fertig seid, nehmen wir mal ein, wir machen 1,9,2,8,10, ja. So, wir tun zum Beispiel hier den Benutzernamen bla bla bla, ja. Keine Ahnung, wie euer Benutzernamen heißt. Wenn ihr nicht jedes Mal das Passwort eingeben wollt, könnt ihr das speichern. Ich könnte euch ein bisschen auch die Anzeige konfigurieren. Wollt ihr Sachen rüber kopieren können oder was auch immer, ja. Braucht ihr irgendwelche Laufwerke auf den Rechnern zugewiesen? Wichtig ist, bedenkt bitte, dass das halt natürlich remote ist, dass die Leistung dementsprechend eurer Netzwerkleistung ist. Was für eine Internetverbindung habt ihr, in meinem Fall ist es LAN, ja. Könnt ihr LAN auswählen und Autofizierung. Ich würde euch die Warnung anzeigen lassen. Jetzt gehe ich auf Speichern unter und speichere mir das auf den Desktop, ja. Und dann gebe ich ein zum Beispiel Test, ja. So, Speichern. Und, ja, das war es eigentlich schon, ja. Jetzt habe ich irgendwo auf dem Desktop, wahrscheinlich auf der Seite, da ist es, ja. Da habe ich den Test generiert und jetzt könnte ich mich theoretisch zu dem Gerät verbinden. Wenn ich das erste Mal verbinde, kommt diese Meldung. Das müssen wir nicht erneut anzeigen lassen. Und jetzt versucht ihr sich natürlich zu dem Gerät zu verbinden, wo nicht da ist, ja. Aber im Prinzip, wenn ihr das Passwort richtig eingegeben habt, hier kommt dann nochmal die Passwortabfrage. Wenn ihr das Passwort richtig eingegeben habt oder eingibt jetzt gleich, dann funktioniert die Remote Desktop Verbindung. Also das ist eine mögliche Alternative für das Connecten zu entfernenden Rechnern. Das ist sehr angenehm, weil ja dann verschiedene, wie ihr seht, ich habe hier verschiedene Links auf dem Rechner. Die klicke ich doppelt an und bin jetzt zum Beispiel hier an der Stelle auf meinen Server drauf. Hier klicke ich, das geht natürlich alles rechts auf, auf meinen Mining-PC und hier bin ich auf meinen Mining-PC 2 drin, ja. Und dementsprechend, ihr seht, die basteln ein bisschen was, ja, die erstellen hier Plots. Er stellt auch Plots. Sind ein bisschen am Schaffen und mein Server. Aber es ist sehr angenehm, das zu verwalten. Es gibt auch Alternativen. Das ist zum Beispiel Teamfuehr, ja. Teamfuehr ist eigentlich ganz interessant. Kommen wir zum Teamfuehr. Teamfuehr habe ich auf meinem PC drauf, ja. Der Nachteil an Teamfuehr ist, eigentlich dürft ihr als Miner diese Software nicht nutzen, ja. Das ist einfach, weil ihr Mining ist automatisch ein Gewerbe, weil ihr eine Gewinnabsicht habt und, 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 ja. Das heißt, ihr müsst ein Gewerbe anmelden. Und, ähm, Teamfuehr ist natürlich sehr geschickt, weil man recht leicht sich zu den PCs verbinden muss. Man muss auch nichts umherum konfigurieren, aber ihr habt ja gesehen, für die Remote-Desktop-Verbindung ist nicht viel zu tun. Ähm, Teamfuehr kann automatisch gestartet werden. Dann startet das immer mit dem, ähm, mit dem PC. Und hier ist die ID, ja. Die ID, die hier ist, ähm, kann ich euch nicht zeigen. Und das Passwort natürlich auch nicht, ja. Sonst könntet ihr theoretisch zu meinem PC euch verbinden, weil die IDen ändern sich eigentlich nicht. Deswegen, ähm, kann ich euch auch nicht zeigen. Ähm, ja. Also der Teamfuehr funktioniert sehr gut. Ihr startet es auf dem Partner-PC, auf eurem PC und müsst nur das Passwort eingeben und verbinden. Und ihr könnt sogar ein Passwort speichern. Ähm, hat aber meines Erachtens nach für mich als Miner kein Problem. Eine Verwendung, weil ich habe jetzt natürlich hier eine freie Lizenz von Teamfuehr, ähm, ich schließe das mal. Ähm, und eine Lizenz kostet halt, ähm, for Single-Use 13,90 Euro. Also in 14 Euro im Monat, wo ich mir sage, für drei Devices ist das schon recht viel, ja. Eigentlich brichte ich, weil ich schon mehr als drei Devices habe, die Lizenz. Und dann sage ich mir so, toll, dann zahle ich 30 Euro für 200 Geräte. Ähm, naja. Also, ähm, im Prinzip ist das einfach, ähm, lizenztechnisch für die Anwendung, die ich habe, ähm, das Teamfuehr ist bestimmt gut. Aber, ähm, ich persönlich muss sagen, ist einfach too oversized, ja. Ähm, und ihr seht, mit der Remote-Desktop-Verwendung kommt man sehr gut klar und, ähm, funktioniert auch sehr einfach zum Einstellen. Äh, ihr habt zusätzlich keine Software drauf, die irgendwie, ähm, ihr noch dann, ähm, danach gucken müsst. Die Remote-Desktop-Verwendung wird immer automatisch mit dem Windows-Update geupdatet und, ähm, von denen her. Ja, ich, ich persönlich kann euch empfehlen, auch bei Linux ist es auch so, äh, die Remote-Desktop-Verwendung zu verwenden, ja. Ja, sie hat Nachteile, die Remote-Desktop-Verwendung, sie hat aber, meines Erachtens nach, für den normalen Anwender, im normalen Netzwerk, wo jetzt ihr nicht speziell, äh, Sachen treibt, äh, ist das vollkommen ausreichend, ja. Ja, und damit schließe ich ab für heute. Schreibt mir gerne eure Kommentare, ja, was ihr dazu denkt und, äh, ich bedanke euch fürs Anschauen. Lasst mir natürlich einen Daumen hoch da und ein Abo. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ciao, ciao.